Mein Name ist Thomas Worg, ich bin statisch geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister. Unser Geschäft, die Firma Optiker Markt, besteht seit 1987. Mit EyeScription sehen Sie die Welt klarer, denn bei der Messung mit EyeProfiler werden neben den exakten Brillenwerten auch die Abbildungsfehler des Auges ermittelt. In der hauseigenen Werkstatt werden alle Brillen mit modernster Maschinentechnik gefertigt. Kostenloses Hörgeräteprobe tragen und genaueste Ermittlung Ihres Hörerfolges mit modernster Messtechnik bieten wir nicht nur in unseren Filialen in Fritzlar und Knüllwald-Remsfeld, gern kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Das Handwerk steht für Qualität.